heute schauen wir uns ein paar outfits an die uns super schnell älter wirken lassen und auch gleichzeitig so ziemlich standard und basic und ich zeige euch wie ihr die mit wenigen handgriffen korrigieren könnt und direkt frischer und jünger und moderner ausseht kurzer disclaimer vorweg ihr kennt schon die disclaimer sarah ihr dürft natürlich immer tragen was ihr möchtet und ich besitze diese teile die ich euch hier zeigen werde natürlich auch aus einem grund weil ich sie gerne trage also bin ich genauso schuldig dass ich manchmal sachen anziehe die nicht gerade vorteilhaft sind oder mich super fresh aussehen lassen aber manchmal ist es auch nicht unbedingt immer der sinn dahinter ist es ja nur mode und die ist austauschbar starten wir mit dem thema cardigans ich persönlich ich gebe es zu ich bin so ein richtiges cardigan opfer ich besitze viele und ich liebe sie aber es gibt modelle die wirken halt so in kombination mit gewissen anderen teilen einfach direkt so nach wo ist hier das nächste beerdigungsinstitut und ich habe hier so ein beispiel noch mal rausgepickt den liebe ich sehr aber witzigerweise trage ich ihn auch super selten das ist so ein sehr voluminöser cardigan sehr schön lang und der sieht halt auch generell einfach schon nach bademantel aus und ist deswegen schon mal per se halt ein teil wo man sich denkt so weiß ich nicht ja plus alles was ihr da drunter an habt sieht man halt sowieso nicht schlimmste todes kombination ever dazu sind so diese klassischen langweiligen stiefel ich glaube die besitzt irgendwie jeder und auch ich kann mich davon nicht trennen weil ich einfach glücklich bin dass es hohe stiefel sind die an meinen waden passen und ich bin auch sage ich euch ganz ehrlich dieser reiter look mit der jeans hose in den stiefeln das war irgendwie noch nie persönlich meins ich finde das wirkt halt immer direkt so ach guck mal da könnte mutti mutti mit ein bisschen geld hat jetzt hier den reiter look für sich entdeckt und keine ahnung aber das ist irgendwie sowas von 1990 gefühlt ja das kann man aber aufpeppen wenn ihr jetzt sagt sarah ich kann aber nicht ohne diese stiefel und ich finde das praktisch die jeans hose in den stiefeln zu haben dann nehmt mal was anderes wie ein cardigan ja also ich liebe auch die cardigans habe ich schon gesagt aber was anderes in der kombination als oberteil als jacke oben drüber sieht halt einfach besser aus ihr könnt zum beispiel eine bomberjacke darauf anziehen ich weiß jetzt würden vielleicht einige schreien naja bomberjacke ist aber auch nicht so modern doch also kommt immer auf den schnitt drauf an kommt aufs modell drauf an und ihr könnt natürlich auch sowieso aus dem stil machen worauf ihr bock habt und ich finde persönlich das sieht halt direkt irgendwie frischer und jugendlicher und einfach peppiger aus kommen wir zu einem kleidungsstück wo ich selbst persönlich nie gedacht hätte dass ich die irgendwann mal so abgöttisch lieben und feiern werde und das ist die steppjacke bzw der steppmantel ich habe mir dieses modell hier vor zwei jahren ungefähr geholt und was soll ich euch sagen das ist meine standard hunde spaziergehe oder wald spaziergangsjacke ich liebe die auch sehr obwohl mir bewusst ist die tut absolut gar nichts für mich ja weder meiner figur noch dem look generell so dass ich damit irgendwie fresh aussehe ich habe jetzt trotzdem aber mal die mühe mir gemacht das gleich mal ein bisschen frischer zu kombinieren aber das komplette todesurteil ist tatsächlich zu solchen steppjacken und lup schal wer kennt noch die lup schals ich besitze noch original einen einzigen und auch der den werde ich nicht aussortieren das ist so mein standard zu hause oder im garten arbeiten schnubbelschal dafür sind die enorm praktisch aber wir müssen nicht darüber reden dass das kein stylisches it piece mehr ist ja also die lup schals sind der inbegriff der 90er 2000er wende ich glaube da haben wir die alle getragen aber die tun halt echt gar nichts absolut 0,0 und wie kann man jetzt so ein look ein bisschen aufpeppen diese steppjacke wird ehrlich gesagt nicht wirklich besser ich habe trotzdem mal den versuch unternommen anstatt nach skinny jeans habe ich zu einem etwas moderneren schnitt gegriffen nämlich einer jeans mit einem leicht ausgestellten verkürzten bein so dass man die knöchel sieht das gibt dem ganzen halt irgendwie einfach einen direkten frischeren look ich habe dann anstatt dieser super klassischen booty geschichte die wir auch eher so aus den 90ern noch kennen ein sneaker drauf geworfen weil das direkt zu diesen sportlicheren touch ein bisschen mehr unterstreicht und habe den schal selbstverständlich ausgetauscht der logo ich habe jetzt einfach mal einen ton in ton look gewählt und einfach sehr klassischen schal ein bisschen länger der streckt die figur das ist halt dann nicht so knuschelig hier oben am hals nicht zusätzlich mit dem luk schal also insgesamt eine verbesserung wobei man sagen muss eine andere steppjacke wäre sicherlich noch irgendwie ein bisschen cleverer aber trotzdem werde ich diesen steppmantel weiterhin mit selbstbewusstsein tragen und sie dann halt aus wie oma der inbegriff von altbacken und das sieht man auch leider gerade so bei uns im curvy bereich immer wieder das sind diese klassischen katalog animal prints ich glaube die kennt jeder ihr wisst sofort wovon ich rede animal print kann man modern und schick machen aber leider greifen die allermeisten irgendwie automatisch zu diesen echt fürchterlichen schrebbels teilen dann sehen diese prints auch meistens super billig aus weil die nicht hochwertig verarbeitet sind weil die auf einem schlechten stoff einfach sitzen meistens so polyester stoffe oder aber auch halt so diese diese art so von der optik her wie ein baumwollstoff aber es ist meistens keine baumwolle es sieht einfach nur immer fürchterlich aus also ganz ehrlich das lässt niemanden irgendwie gut wirken und dann sind es meistens auch noch so schlabberteile es ist einfach nur ein kompletter graus man kann aber animal print tatsächlich ganz nett machen und ich habe da noch mal ein beispiel rausgepickt ich besitze witzigerweise gar nicht mehr so viel animal print aber ich habe hier so ein kleid gefunden und so in all over so auf einem kleid sieht ein animal print tatsächlich ganz cool aus es kommt ein bisschen auf die farbkonstellation an ich finde in dem kleid ist das super dezent und nicht so in your face ja und auch generell ist das kleid halt vom gesamten schnitt von der ganzen aufmache her eher so ein bisschen jugendlich und so ein bisschen weiblich so ein bisschen verspielt einfach und das lässt den look halt direkt anders wirken das ist eine ganz andere nummer und dann kann man den animal print auch wieder ein bisschen moderner machen kommen wir noch zum berühmten senioren beige wer den podcast hört der hat diesen begriff schon mal öfter gehört wir schimpfen ja immer ganz gerne über das klassische senioren beige und ich muss auch gestehen so diese beige all over looks finde ich persönlich die zeiten sind auch vorbei das ist so diese klassische anbeginn der insta fashion girl season ja da lief jeder nur noch in beige rum und ich finde wir können uns auch langsam mal wieder an farbe rantrauen jetzt habe ich hier euch mal kombiniert wie es glaube ich schlimmer nicht geht ja beige standard jeans also auch dieser schnitt super langweilig wobei ich euch gleich zeige dass sie auch gar nicht so schlecht aussehen kann aber sehr langweilig dazu ein ganz klassischer beige rei krank poli natürlich nicht reingesteckt nein wir sind ja langweilig unterwegs und dann noch der oma cardigan oben drüber der halt auch aussieht wie pyjama ja dazu noch die ganz fürchterlichen velour boots ja und schon habt ihr den look des grauens und könnt euch direkt ins seniorenheim einweisen lassen aber ich muss ganz ehrlich sagen man kriegt es auch relativ schnell und mit auch ein bisschen farbeinsatz ganz gut korrigiert ihr könnt dann jetzt ganz klassisch für ein etwas knalligeres oberteil gehen da habe ich heute diese bluse hier gewählt übrigens die teile die ihr hier seht und auch die steppjacke findet ihr unten in der video beschreibung verlinkt und schaut da ganz gerne mal vorbei wenn euch was gefallen hat trotzdem oder auch gerade weil es euch gefallen hat könnt ihr es natürlich super gerne nachshoppen und die bluse hier ist ja noch relativ neu aber ich finde die sehr sehr schön tolles beispiel dafür wie man einen beigen look halt ein bisschen unterbrechen kann und es ist nicht zu in your face es ist ein schönes statement teil müssen wir nicht drüber reden aber so wird halt die beige hose auch ein bisschen netter die ist immer noch sehr basic aber wie man es kombiniert macht halt einfach die musik jetzt habe ich natürlich ganz mutig noch color blocking hier ist darauf geworfen ja können natürlich auch schlichtere schuhe nehmen aber ich fand das insgesamt halt so okay das ist ein look irgendwie ja also da unterbrechen wir einfach so dieses senioren ding und fühlen uns noch mal ein bisschen frischer ich bin jetzt auf jeden fall sehr gespannt wie euch die verbesserungen gefallen haben ob ihr dazu stimmt und wo ihr denn schuldig seid dass ihr manchmal etwas älter wirkt als ihr eigentlich seid denn ihr schreibt mir öfter sarah du siehst nicht so alt aus wie du eigentlich bist und vielleicht ist das ja mein geheimnis liebe leute und ich habe es euch heute verraten also lasst dem video super gerne ein lämchen nach oben da schreibt mir was nettes in die kommentare und bis zum nächsten mal bye bye